Moin Leute, was geht? Willkommen zu den wöchentlichen Pokémon News. Ja, ihr wisst ja, News zu Pokémon GO, Unite, Kammelsin und Purpur und sonstiges in der Welt von Pokémon. Wir starten jede Woche auch einfach erstmal mit Pokémon GO, weil da sind immer die meisten Events, komischerweise wie immer. Wir haben hier aktuell noch ein paar Sachen laufen, also hier Katagami und läuft noch zwei Tage und 21 Stunden. Danach wechselt es ja so gesehen. Dann haben wir die Great League, läuft noch drei Tage. Wir haben noch die Pokémon Showcase, also hier mit Ferkuli, dass ihr im Prinzip bei Pokestops ja im Endeffekt euer Pokémon einreichen könnt und da so ein bisschen was gewinnen könnt. Das läuft noch vier Tage und sechs Stunden, also bis zum Samstag. Es ist besser, Freitag, Katagami. Ich glaube, mit Tagen kann ich sagen, ist, glaube ich, ein bisschen besser. Und das Paldea Adventure, so gesehen, erster Teil, läuft noch bis zum 10. September, also habt ihr auch noch ein bisschen Zeit. Mega Voltenso läuft noch zehn Tage, also da hat ihr noch genug Zeit. Genauso wie auch hier Krypto, Zapdos, etc., da ist noch alles genug Zeit. Wir haben heute auf jeden Fall eine neue Spotlight-Stunde, nämlich mit Felino, also am Dienstag. Das Ganze ab 18 Uhr. Auch da auf jeden Fall. Und wir haben halt zweifach Evolution XP, wenn ihr die noch mitnehmen wollt. So, dann haben wir im Endeffekt am Mittwoch, dem 6. eine Raid-Stunde. In dem Fall bei uns mit Katagami. Und dann haben wir im Endeffekt ab Freitag starten, also diese Woche, dann der Tausch, so gesehen, der Swap von Katagami auf Celestila. Ich weiß gar nicht den deutschen Namen. Auf jeden Fall ist dann der Swap am Freitag, also auch da einmal den Wechsel in den 5-Sterne-Rates. Und wir haben dann das nächste Showcase mit, was heißt der nächste Showcase, ist dann genau hier mit Mikrik. Das startet dann im Prinzip auch am, nee, am Samstag, oh schon, das startet, das Mikrik-Focus-Torpe-Event startet am 10. Und Ultra-Unlock-Paldea, das neue Event, startet dann auch am 10. Also der nächste Teil mit den nächsten Pokémon-Spawn, wie dann halt zum Beispiel Mikrik-Spawn dann. Wir haben dann hier die ganze Parmo-Reihe, wir haben dann Aberborn mit dabei, hier Frost-Pino-Reihe, der Spinodon ist mit dabei. Also auch da, das Ganze startet dann ab dem 10., ja, genau. Also auch da ein neues Raid-Event mit dabei. Also hier im Prinzip die ganzen Sachen, die ja währenddessen laufen, man kennt es ja. Also neue Raids, wie ich ja gerade gesagt habe, ihr habt dann hier auf Frost-Pino, müsst dann mit in die, oh nee, Frost-Pino kommt, nee, warte, das sind die hier 1-Sterne-Rates, 3-Sterne-Rates, nee, okay, kein Frost-Pino mit dabei, okay, keine neuen Raids, aber zumindest neue Spawns, wieder neue Pokémon, die ihr bekommen könnt. Also recht viel los, auch diese Woche, gerade was halt mit Paldea angeht, alles andere geht dann halt erst ab nächste Woche wieder los. Da werde ich dann wahrscheinlich, dann habt ihr nächste Woche so gesehen dann das Video, ja, also da kommt ein bisschen was für Genesekt und so ein Kram, Mega-Gado, boah, etc., aber das kommt alles erst ein bisschen später, da gehen wir nächste Woche in die News, am nächsten Dienstag auf jeden Fall drauf ein. So, dann haben wir noch einen neuen Community-Day angekündigt bekommen bei Pokémon Go, der nächste ist plötzlich der hier, der startet auch am 23. September, auch da gehen wir aber vorher nochmal auf jeden Fall drauf ein. So, kommen wir ganz kurz zu Pokémon Unite, weil es relativ kurz ist bei Pokémon Unite, startet bald die neue Season, das Ganze geht jetzt demnächst los. Am 7. müsste es, glaube ich, sein, also auch schon jetzt demnächst, mit Despotar als neuer Hauptskin, mit, ja, aber noch nebenbei auch nicht nur Despotar, es sind immer zwei Skins, sondern Urgel bekommt auch seinen Skin mit dazu. Wir haben einige neue, ja, so japanisch-asiatisch angehauchte Kimonos, müssten es ja sein, mit ein paar kleinen anderen Stickern und dem Ganzen. Also da kommt jetzt auch demnächst die neue Season, also falls ihr noch die aktuellen Sachen euch mitnehmen wollt, holt sie euch, ist nicht mehr so lange Zeit, es endet die Woche schon und dann geht auch das neue Event schon los. Ja, genau, hier 7.9., genau, 7.9., also ist auch schon bald rum, das ist die aktuelle Season, dann startet die nächste. Was wir auch wissen ist, dass zwei neue Camper jetzt nix kommen, so da auch bestätigt, jetzt am 12. kommt ja Logok und dann am, was haben wir hier, 19. Oktober kommt dann Mimikma mit dazu, also auch hier die nächsten zwei Camper, aber erstmal kommt am 12. und der kleiner Logok. So, bevor wir zu Kamsin in Purpur gehen, aber eigentlich gehen wir zu Kamsin in Purpur, es ist so, Leute, wir haben immer noch Mewtwo als aktiven Titan da, plus halt den ganzen Kram außenrum, also hier Haithera, Silebrim, Olangar, wie sie alle heißen, die spawnen alle nebenbei auch noch gerade und die könnt ihr euch auch mitnehmen, immer noch, um Terracur zu farmen. Bei Mew ist es so, ähm, bei Mewtwo schon, bei Mewtwo ist es so, es ist immer noch am einfachsten, mit Mew zu spielen. Ja, das ist wirklich so, dass wenn man zu viert spielt, mit vier Mews, ist es am entspanntesten, gerade mit der Kepa-Taktik, muss man sagen, ist es überhaupt nicht schwer, da könnt ihr easy durchlaufen. Ähm, es gibt zwar eine Solo-Taktik, die lade ich heute im Laufe des Tages auch als Video hoch, aber diese ist ultra schwer. Also ich bin ganz ehrlich, sucht euch lieber vielleicht eine Gruppe, mit der ihr zusammen spielen könnt. Klar, wenn ihr halt offline spielt und ihr könnt nicht online spielen, gut, dann wird die Solo-Taktik, auch wenn die ultra schwer ist, wahrscheinlich eure einzige Option. Wie gesagt, Video geht ungefähr so ab 18 Uhr online, äh, 17, 30, 18 Uhr, schaut da gerne rein. Ähm, aber empfehlenswert ist, fast schon eher ein Team suchen. Wenn ihr kein Team habt, kommt gerne bei uns ins Discord, Links auf jeden Fall unten, auch in der Beschreibung. Äh, würde mich freuen, wenn ihr reinkommt. Und dann können wir auch zusammen gerne die Raids laufen und das alles zusammen machen. Ja, das wäre auf jeden Fall so ein bisschen der Plan, ähm, um halt besser durchzukommen. Wer meine persönliche Meinung, ja, muss man wirklich sagen. Ähm, es gibt zwar auch eine Duo-Taktik, auch da kommt ein Video morgen online. Aber auch die, ja, die Voraussetzungen sind halt immer ein bisschen schwerer. Deswegen, sonst, ja, Entschuldigung, bin immer noch ein bisschen krank. Äh, nächste Woche startet ja die, der neue Abschnitt, sagen wir mal, oder? Der 13. Jahr, nächste Woche. Nächste Woche, Mittwoch, geht's los mit Teal Mask, also türkisgrüne Maske, dem neuen DLC für Karmersin und Purbur, wo dann ja die Story erweitert wird. Aber das Ganze wirklich nur, wenn ihr auch das DLC kauft. Das ist ganz wichtig. Ihr werdet das neue Gebiet nicht erkunden können, wenn ihr nicht das DLC gekauft habt. Das ist völlig wichtig. Ähm, Auf jeden Fall. Ich werde ab dem Releasetag hingehen und werde, ähm, ja, wahrscheinlich Let's Plays hochladen. Ihr habt euch da ein bisschen was gewünscht, dass es Richtung Let's Plays geht. Da wird ein bisschen was kommen. Natürlich wird es auch Guides zu den ganzen neuen Sachen hier geben. Zu dem, also das ist hier der letzte, ich glaube der aktuellste neue Trailer, genau aus Japan. Ähm, aber hier sieht man nichts Neues. Einfach nur so ein paar Bilder aus der Region, ein klein wenig. Obwohl es echt schön aussieht, muss man sagen. Ähm, wie gesagt, ich werde ab nächster Woche auf jeden Fall komplett Guides zu dem ganzen Thema hochladen. Aber es kennt ihr ja bereits, ja. News, ETC, alles was halt so Neues. Das hier ist das zweite DLC. Also nicht wundern, das ist nicht das erste DLC. Ähm, das ist jetzt auch das zweite DLC. Die haben halt alles in einem Trailer gepackt, wie genau mit Terrapagos. Also es geht jetzt im Prinzip nur um Ogapon, ja. Hier. Das ist immer noch das DLC, 13.9. Das DLC kommt ja ein bisschen später. Ganz wichtig. Ja Leute, schreibt mal in die Kommentare. Freut ihr euch auf, ähm, das erste DLC? Habt ihr Bock drauf? Ich muss ehrlich gesagt, ich habe schon Lust drauf. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass die Story ein bisschen kurz sein wird. Aber das ist halt eigentlich bei Pokémon-Spielen eigentlich nichts Unnormales. Dass die Story jetzt nicht die krasseste ist. Ähm, aber mal abwarten. Ich werde, wie gesagt, ich werde das Ganze wahrscheinlich am Stück durchspielen, weil ich ab 15. in den Urlaub fliege und davor eigentlich alles aufgenommen haben möchte. Also auch gerade, was halt Guides, News, eventuell für die erste Woche angeht. Ähm, das heißt, ich werde wahrscheinlich am Stück einfach nachts durchspielen und, ähm, ja, dann Let's Plays und so machen. Ja Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank, dass ihr die Woche eingeschaltet habt. Die News war sonst nichts krasses Neues. Aber ich denke, dass wir nächste Woche ein bisschen mehr haben, weil dann sind wir auch im Endeffekt am 12. einen Tag vorm Release von Türkis Grüne Maske. Wir haben United Neues Season begonnen. Wir haben bei Pokémon Go, sind wir da mittendrin, in einem der drei Millionen Events, die da laufen. Also auch nächste Woche wird wieder ein bisschen mehr Content als diese Woche. Kann ja nicht jede Woche geile News geben, Leute. Also ich sage vielen Dank. Schreibt mir eure Meinung zu all diesen Themen in die Kommentare. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal und ciao. Achso. Einser hat ich fast vergessen. Einser hat ich fast vergessen. Wenn ihr noch kein Mew habt, ihr könnt noch bis zum 19. euch ein kostenloses Mew abholen. Mit dem Code GetMyMew. Könnt ihr euch noch euer eigenes Mew abholen per Code. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, wie man das kostenlos bekommt. Das geht noch bis zum 19. Hier. GetYourMew. Geht bis zum 18. Schon bis zum 18. Könnt ihr euch noch das Mew holen, um es gegen Mew 2 auch dann zu benutzen. Ihr müsst zwar dann fertig machen, weil es Level 5 ist und alles, aber trotzdem. Also, falls ihr noch kein Zappt, holt euch. So, ja, aber jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Danke fürs Zusehen von Schario. Schreib deine Meinung in der Kommentarsektion. Hast du News oder Tipps zu deinem Lieblingsgame? Dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen.